Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt! Für mich, die wichtigste Stück ist die Konstellationen von Marcel Wengler. Denn sie sind wirklich persönliche Sprache und eine wirklich gute Qualität der Kompositionen. Zu Beginn der Konstellationen zeigte ein Thema. Und mit diesem Thema, er macht sie 7 Minuten von Musik, never boring. Es ist ein sehr premieres Stück, composed in 1979. World Premiere recording and performance from the Saarlandische Zuforchester. Und es ist ein sehr interessanter Stück. Mit Sound-Effekt, mit viel Rhythmic-Effekt. Es ist etwas anderes, das die meisten von ihnen nicht wissen. Und es ist sehr advanced. Ich mag es sehr viel. Es ist sehr interessanter. Als ich ein junger Junge war, war ich in der Presse. Und ich hörte die Konstellationen von Marcel Wengler. Es wurde von ihm selbst gemacht. Und jetzt, viele Jahre später, kann ich es mit der Europäischen Gitar-Madeleinen-Orchestra spielen. Die Konstellationen, natürlich. Das Stück ist überhaupt nicht schwer. Weder noch. Von der Form her ist es anders als viele Stücke, die vorher geschrieben wurden. Es hat zum Beispiel, es hat ja kaum ein Thema. Ja! Ja! Es ist anders. Kann ich einen, einen Ball probieren? Ja. Ja. 22. Ja. Ja, und dann habe ich das. Aber das ist wirklich für mich. Okay. Okay, jetzt schauen wir, was ich kann. Ja? Okay, also, wir machen 22 und 23. Ich benutze hauptsächlich Spieltechniken, die dem Instrument angepasst sind. Zum Beispiel dieses Repetitive der Töne. Da, 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 da. Erstmal habe ich da einen Rhythmus, der eigentlich durch das ganze Stück durchgeht. Auf Tremoli habe ich im Grunde verzichtet, nur in einem Mittelteil, wo das zufällig noch vorkommt. Und dann gibt es auch Passagen, die ganz startig sind. So much. Between. Rest. Bildlich gesprochen, ich schaue mit einem Fernglas abends in den Himmel und sehe da, Tausende Sterne leuchten und ich höre was dabei. Da, 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 da. So eine Art repetives Thema, was sich wiederholt. Und dann sieht man das Ganze aus einer anderen Perspektive und die Punkte der Sterne sind woanders. Also man kann vielleicht so einen Raumklang sich vorstellen. Und ich habe mich auch wirklich mit Astronomie befasst. Ja, ja, ja. Always. 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 Untertitelung des ZDF, 2020